Was auch neu ist in diesem Fall, ist, dass ich Motorrad fahre. Und dafür habe ich einen Motorradführerschein gemacht, was ich mir überhaupt nicht habe vorstellen können noch vor ein paar Jahren. Und ich kann nur sagen, es hat großen Spaß gemacht. Aber jetzt fährt Diana Winter, glaube ich, nur noch Motorrad.